Das Erste, was ich gedacht habe, ich dachte so, sick, die ist jetzt im März letzten Jahres 2020 eingestiegen, die hat mehr 10 wie ich, die hat mehr ETFs wie ich und krass beschäftigt die sich jetzt da ultra mit, ist das so eine, die sich dann so mega, mega da reinfuchst, zeig mir dein Portfolio oder zeig mir, wie du investierst und ich sag mir, wer du bist. Ja, kommen wir zur Portfolio Nummer 3, ich weiß auch gar nicht, ob sie zuschaut, wenn, dann wird sie es wahrscheinlich irgendwann mal auf YouTube sehen und jetzt haben wir ein Portfolio von, ich sag von einer Unternehmerin, hier seht ihr auch Co-Finder auf Preach Media und Noah, das sind so, glaube ich, Notizblöcke, Hefte, Planner, ich habe ja auch so ein Full-Finder, Fokus-Planner, ich habe mir jetzt gerade nicht hier zur Hand, aber auf jeden Fall sehr unternehmerisch unterwegs, also nicht nur sozusagen auf Instagram, was wahrscheinlich die meisten sehen werden, aber auch sehr smart, investiert auch in Immobilien, ist da schon am Start, finde ich super, super spannend auf jeden Fall und hat jetzt auch angefangen in Aktien zu investieren, wir haben uns so ein bisschen, die Touchpoints sind so über die Kooperation mit Trade Republic entstanden und das hat sie dort auch investiert, lustigerweise hat sie ja dann, kleiner Fun-Fact, meine Story gerepostet, was bei Trade Republic gepostet wurde und dann hat mir meine Schwester privat auf WhatsApp geschrieben, hä, mega lustig, warum hat die denn deine Story gerepostet? Äh, und ich so, hä, wo hast du das denn gesehen? Ja, ja, ich folgte ja schon seit ein paar Jahren, ähm, ich finde die voll cool, ähm, die macht Quality Content und Mehrwert und dann dachte ich mich so, okay, hey, you got my curiosity, now you got my attention, also ich fand das eh schon geil mit dem Unternehmerischen, was sie da macht, äh, wie so eine, ja, Krake im Unternehmerischen Bereich, Social-Media-Bereich und, und Immobilien und dann war das nochmal so ein bestärkendes Element, dass meine Schwester gesagt hat, dass die cool ist, ähm, und dann habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, dass wir da zusammengekommen sind und ich die Möglichkeit habe, ihr Portfolio zu toasten, dann hat sie mir mal, ähm, ihre, das sind noch mehr, was sie mir geschickt hat, ihre ganzen Aktien gezeigt und, ähm, dann war es bei mir schon so, ähm, ich kenne eine Ahnung, das Erste, was ich gedacht habe, wann bekomme ich einen Pointer, ich dachte so, sick, die ist jetzt im März letzten Jahres 2020 eingestiegen, die hat mehr Aktien wie ich, die hat mehr ETFs wie ich, äh, und, äh, krass, beschäftigt die sich jetzt da ultra mit, äh, ist das so eine, die sich dann so mega, mega da reinfuchst, oder, ähm, der zweite Gedanke so war, ähm, wie viele gerade das so haben, äh, zeig mir dein Portfolio, äh, oder zeig mir, wie du investierst und ich sag mir, wer du bist, äh, war das irgendwie so, okay, sie hat hier so, äh, MSCI World drin, Marriott Hotels, vielleicht, weil sie da oft unterwegs ist, war Piano, äh, der Klassiker, sozusagen nach dem Motto, okay, da gehen alle immer essen, äh, jetzt gar nicht so plakativ hier alles, äh, aber hab halt hier die einzelnen Aktien immer gesehen, Starbucks drinne, äh, irgendwo war auch die Edelmarke drinne, HMVD, die aus Spanien da irgendwie, ich hab jetzt nicht alle reinkopiert hier irgendwie, Hafen Hamburg, weil sie aus Hamburg aus der Ecke kommt, ähm, ich weiß nicht, ob das hier auch Hamburger Reeds sind oder sowas, wir haben das dann auf jeden Fall gleich mal in Tracer One reingekloppt und dann können wir uns das mal genauer einschauen, aber das fand ich schon mal sehr lustig, dass man sehr schnell sieht, ähm, ja, dass, äh, dort sozusagen sehr schnell investiert wird, wo man sich gefühlt auskennt, ähm, das ist sozusagen wie das Portfolio, was ich vorher gezeigt hab, einfach mal rein, ist gar nicht falsch, ähm, wir kommen da jetzt gleich, was ich auch sehr, sehr gut finde, was sie gemacht hat. Schauen wir uns hier erstmal an, ihre Ziele so ein bisschen, ich hab ja ein paar Mal mit ihr gesprochen und letzten Sonntag auch telefoniert und ihr Ziel ist so ein bisschen Sicherheit, finanzielle Freiheit, ja, moin, äh, das wollen ja die meisten von uns, ähm, das ist schon mal sehr geil, ähm, mit 40, 50 möchte sie so eine monatliche Einnahme haben, Mieteinnahmen oder Dividenden, wovon sie sozusagen schon mal leben könnte, ähm, also nicht die Rente mit 30 oder mit 35, wie ich das geplant hab, aber wahrscheinlich, ja, könntest du dir das wahrscheinlich auch erreichen, ähm, aktuell läuft's bei ihr ganz gut, hat sie gesagt, aber ist das für immer so, das find ich ganz, ganz cool, glaub ich, äh, dass man so weit vorausschauend denkt, weil ich glaub, es gibt viele gerade, die im Social-Media-Bereich unterwegs sind, ähm, die sehr viel Geld, gutes Geld machen, aber von der Hand in den Mund leben und dann, wenn das nicht mehr da ist, äh, der Geldstrom versiegt, das Ganze doch dann sehr schnell vorbei ist oder auch bei erfolgreichen Fußballern, Sportlern generell, die Millionen Gehälter haben, aber auch im Exzess leben und sie hat das echt super smart gemacht, ähm, hat dann Immobilien schon mal auf jeden Fall investiert, langsam in Aktien, breit gestreut, ist nie bereut, ähm, die Immobilien, die sie hat, äh, die hat sie vor ein paar Jahren teilweise gekauft, ähm, sind auch wohl schon ein bisschen gestiegen, hat auch klar was in die Renovierung gemacht und sowas und sie hat da auch einen guten Stil auf jeden Fall und will da auf jeden Fall auch einen echten Mehrwert sozusagen den Mietern bieten, ähm, aber Aktien machen sie jetzt auf jeden Fall auch Spaß und sie macht sich da so langsam rantasten, also sie hat hier auf jeden Fall so ein bisschen, für den einen oder anderen sind 5.000 schon sehr viel Geld, ich glaub, für sie ist das noch so ein, ja, so ein kleiner Touchpoint so ein bisschen, macht auch Spaß wahrscheinlich oder macht ja vielen Spaß, sich so ein bisschen mehr damit beschäftigen, auch eine andere Freundin, die lustigerweise auch mal eine Do-It-Yourself-YouTuberin war und jetzt eine erfolgreiche Unternehmerin ist und jetzt auch erfolgreich anfangen will zu investieren, also ist auch mal so lustig, diese Similars zu sehen, ähm, also hier auf jeden Fall schon mal sehr, sehr spannend, was ihre Ziele sind, wo die Ist-Status ist, ähm, also hier können wir, glaub ich, auch schon mal so viel mitnehmen, dass sie da schon sehr reflektiert ist und mit der Strategie da rangeht und, ähm, das sieht man auch gleich so ein bisschen ran, wie sie investiert und da springen wir mal rein, Trezor One, fühl mich auch immer mehr zu Hause hier, Grüße gehen raus an Summit, wenn er gerade zuguckt, weil er gemeint hat, das Produkt muss überzeugen und nicht, wenn der Basti hier sagt, ey, was für ein tolles Produkt das ist, also ja, tatsächlich, äh, danke dafür, ähm, also sie hat uns das Portfolio so ein bisschen zur Verfügung gestellt, wir haben das da mal hier reingemacht, ähm, dann gehen wir hier erst mal so ein bisschen rein in die Übersicht, ich glaub, das sieht man hier wieder besser, Typ, ähm, und dann sehen wir hier erst mal, also 86% ist sie in Aktien und 13% in ETFs, sind auf jeden Fall jede Menge, wenn man hier erst mal auf die ETFs geht, dann dachte ich mir, okay, mit meiner All-Weather-Strategie habe ich 9 ETFs und sie hat hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, also hier hat man allein schon bei den ETFs 9 Stück, wie ich mit meiner ganzen Strategie und dann kommen mir nochmal Aktien hinzu, was auch nochmal einige sind, ähm, also hier kann man schon mal sehr schnell sagen, vielleicht muss man hier mal ein bisschen mehr zusammenfassen, weil hier, ich sehe es schon in den Kommentaren, eine Doppelung ist, also man hat hier den MSCI World, Clean Energy, ich weiß nicht, wer die Promo von dem ETF übernommen hat, aber Props gehen raus an den Mitarbeiter von iShares, ähm, Clean Energy hat gefühlt irgendwie jeder gerade im Portfolio, das ist so, boah, keiner, das HelloFresh unter den ETFs, äh, so das Ding, äh, jeder muss es haben, dann haben wir den Core, DAX drinne, NASDAQ, dann haben wir hier auch nochmal einen World drinne, dann S&P 500, Financial Sektor, Industrial Sektor, Information Sektor, okay, alles klar, also da sind hier schon einige auf jeden Fall drinne und dann hier noch ein Turkey, weiß ich jetzt nicht, ob sie da spezielle Insights hat, Türkei ist auf jeden Fall ein interessanter Markt, ähm, Kollege war doch jetzt auch gerade da am Start und meinte, ja, super interessant da, geil da, auch die Lira ist jetzt voll, Lira, türkische Lira, heißt die so, ist gut gefallen, also da muss man nochmal, glaube ich, äh, ein bisschen zusammenfassen, äh, gucken, ob es hier nicht zu starke Überschneidungen gibt, das mache ich immer so und bei den Aktien, ja, sieht man jetzt auf jeden Fall, ähm, dass hier auch jede Menge drin sind, ich glaube, hier unten sehen wir die besser und da ist halt wirklich alles, was Rang und Namen hat, ich weiß nicht, nach welchem Konzept sie das gekauft hat, ich glaube, da muss man nochmal dann in die Makroperspektive rein und schauen, okay, was ist die Strategie, klar, man kennt sich so aus, okay, mit Visa zahle ich immer, nehme ich mal eine Visa rein, Starbucks gehen viele einkaufen, okay, ähm, ich glaube, man kann aber auch davon profitieren, äh, ohne sich jede einzelne Aktie ins Boot zu holen, beziehungsweise man kann das Chance-Risiko-Verhältnis besser machen, ähm, was man aber nochmal als Lob mitgeben muss, ich glaube, damit sieht man es ganz gut, ja, hier sieht man es sehr schön, ihre Diversifikation insgesamt ist sehr gut, also das Money-Management hat sie sehr gut gemacht, also sie ist jetzt nicht so, dass sie zum Beispiel alles in eine Aktie investiert hat, sondern die hat das breit aufgefächert, was ich auf jeden Fall schon mal cool finde, weil, ähm, sie da echt keine Disbalance drin hat und das, obwohl wahrscheinlich das Portfolio, ähm, jetzt auch mal steigt und sinkt und sowas, ähm, ich weiß nicht, ob sie da noch Reblancing die ganze Zeit macht, ich glaube es jetzt mal nicht, äh, hat sie vielleicht gerade Glück, dass sie relativ, äh, harmonisch gleichlaufen, aber man sieht hier schon, es sind einige, also allein die alle zu wiederverkaufen, äh, ist schon mal eine Anstrengung und es ist halt wirklich sehr viel drin, was, äh, aktuell in den Medien war, man spiegelt wahrscheinlich so ein Stück weit, äh, den Charakter eines Menschen wieder, was für Aktien gerade gekauft wurde, äh, ein bisschen Dividendenaktien, aber insgesamt fehlt noch die Strategie, äh, das Money-Management sehr gut, ähm, ähm, aber ich würde jetzt mal so ein bisschen in die Überlegung reingehen, wie ich das eben auch schon bei den anderen gemacht habe, was man dort machen könnte, wie man dort vorgehen könnte, ähm, ich habe es mir dann hier so aufgeschrieben, so ein bisschen, äh, der Status jetzt, sie beschäftigt sich mit der Thematik, sie investiert dem ganzen Bereich und das ist gut, das ist schön, ähm, sie tastet sich ran, finde ich auf jeden Fall gut, aber tatsächlich, wenn man dann wieder überlegt, so in ihrem anderen Unternehmen ist sie wahrscheinlich sehr strategisch, so mit Input, wie viel Zeit sie da reinsteckt und was sie dann da rausbekommt, äh, für die, die Summe, die sie gerade investiert hat, klar, das macht auch so ein bisschen Spaß, äh, da ist die Summe nicht ganz so relevant, aber hat sie einen sehr geringen Output und steckt sehr, sehr viel Zeit drin, also, es ist so gerade noch fraglich, was ist die Strategie, klar, bei mir ist jetzt auch nicht immer alles glasklar, das geht mal nach links, nach rechts, aber hier muss man dann, glaube ich, nochmal so ein bisschen genauer reinschauen, also wir müssen sozusagen den roten Faden jetzt so ein bisschen finden, damit sie auch dem Ziel, was sie ja hat, mit 40 bis 50, ja, passive Einkommensströme zu bekommen, beziehungsweise dort mehr in Aktien zu investieren, ähm, wirklich, ähm, dem näher zu kommen oder sich durch das Wir- oder Labyrinth der Börse oder den Finanzdschungel zu, durchzubuscheln, ja, und, ähm, das müssen wir jetzt so ein bisschen schaffen, also das hier soll sozusagen die erste Stage sein, wo ich einfach mal so, so einen Ist-Stand mache, äh, und dann müssen wir natürlich jetzt gucken, was der Soll-Stand sein muss, beziehungsweise wo wir da irgendwie hin möchten, geht wieder sehr analog mit dem, was wir eben schon mal gesehen haben, äh, ich hab dann auch schon mal so potenzielle Ideen reingemacht, also das, was wir jetzt bei ihr sehen, ähm, ist jetzt nicht nur der Alpha-Anteil, also sie hatte ja auch, oder sie hat ja auch schon unten MSCI World und sowas drinne, also sie hat hier unten schon ein bisschen Beta, wenn auch nicht automatisiert, aber sie hat schon mal, ja, den Beton angemischt, äh, ich soll sagen, der Betonmischer steht jetzt vor dem Haus, jetzt muss man das aber nur noch reingießen und eine Form gießen, damit das irgendwie auch nicht schräg wird und das Haus im Endeffekt umfällt, ähm, da müssen wir einfach jetzt noch mal so ein bisschen, ja, das Ganze ein bisschen salzen, äh, und dann sozusagen in Form gießen, damit wir das hier haben, ähm, also da müssen wir gucken, wo sind die Überschneidungen vielleicht ein bisschen doppelt, was möchte sie da speziell, möchte sie sich damit beschäftigen und da sagt sie, okay, Basti, wir machen hier einfach ganz billig irgendwas und, äh, dann ist das gut, dann lassen wir das so, ähm, hier auch wieder möglichst automatisiert und dann haben wir hier diesen Alpha-Anteil, den will ich auch keinem abstreitig machen und ich hab auch selbst bei mir gemerkt, dass es diesen Alpha-Anteil immer mehr gibt, tatsächlich früher gar nicht so gab, aber jetzt gerade mit dieser neuen Welle, mit diesem ganzen Hype, ach, sind wir mal ehrlich, jeder braucht so ein bisschen Nervenkitzel, wenn er morgens aufwacht, hä, 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 oder warum steht man denn morgens auf? und, ja, also hier den Alpha-Anteil würde ich mit ihr auch nochmal so ein bisschen durchgehen, was ihr Ziel da ist und dass wir da so ein bisschen strategischer rangehen und dann würde ich mit ihr überlegen, also wir haben ja jetzt diese Summe, die sie eh schon investiert hat und dann wollen wir nochmal 30.000 sozusagen investieren und wie wir das Ganze dann sozusagen aufbauen, dann würde ich halt sagen, okay, wir bauen hier so ein Beta-Teil, der wirklich sehr automatisiert, sehr passiv läuft, ähm, wo sie nicht viel eingreifen muss, wie sie bei ihren Immobilien auch erstmal nichts zu tun hat, aber die, ähm, klar, wenn irgendwas passiert, dann schon, wird der Mieter nicht mehr bezahlt, aber dass sie hier in so einen gleichen Rhythmus kommt, dass das Ganze schön passiv ist und dass sie sich nicht wirklich damit beschäftigen muss und, äh, da Ewigkeiten rumhängt und hier diesen Alpha-Part, dass der ihren Spaß oder dieses Interesse immer noch aufrechterhält beziehungsweise sich eigentlich damit beschäftigt, aber hier der nicht so groß ist, aber hier ist ja auch noch nach einer gewissen Strategie fahren und dann würden wir jetzt so vorgehen, im nächsten Schritt sozusagen, was ich mit ihr vorhabe und das wäre dann jetzt zum Beispiel auch mal eine Analyse generell zu machen, so gehe ich auch in meinem Videokurs zum Beispiel immer vor, bevor wir da irgendwie anfangen zu investieren oder generell, wenn man an der Börse investiert, sollte man sich erstmal so einen, ja, einen Ist-Stand machen, das habe ich jetzt hier mit dem Portfolio ein bisschen gemacht, aber das wollten wir auch mal allgemein von den Finanzen machen, also, wie sind meine Ausgaben, wie sind meine Einnahmen, also, dass man da kurz mal seine Finanzen so break-even bringt, das muss jetzt nicht, dass man da den ganzen Kontoauszüge von den letzten 10 Jahren durchwurschtelt, äh, das kann man auch relativ einfach machen, man guckt mal ein bisschen, okay, wie sieht mein Kontensystem aus, kann ich das Ganze automatisieren, ähm, ich bin ja immer ein großer Fan davon, sozusagen einmal so ein Girokonto zu haben, wo man die fixen Ausgaben und die Variablen hat und das ist sozusagen das Konto, mit dem man arbeitet, dann hat man ein Ziele- und Wünschekonto, hat sie, glaube ich, auch schon ein Stück weit, wenn ich das verstanden habe, hat sie, glaube ich, auch schon, wenn ich das richtig verstanden habe und dass man halt sozusagen für seine Wünsche und Ziele gleichzeitig, äh, auch was wirklich sich, was von dem Geld leistet, was man sich verdient, wenn man gutes Geld verdient oder generell auch, wenn man ein Gehalt bekommt, nicht, dass man da irgendwie nur traurig ist und, äh, das Geld nie ausgibt, und, ja, das wollen wir hier zum Beispiel in einem Video machen, das wird dann auf Ihrem Kanal kommen, ähm, das wollen wir, äh, das wollen wir dann auf jeden Fall, ähm, dort veröffentlichen, das werden wir zum Beispiel am Freitag machen und dann werden wir nochmal wirklich explizit ein Video machen auf meinem Kanal, irgendwann sonntags in zwei, drei Wochen, also da einmal abonnieren bei ihr und bei mir, ähm, da gehen wir dann nochmal in den Call, den wir auch sozusagen am Freitag machen, gehen wir so richtig nochmal in die Planung rein, okay, was ist die Strategie und setzen das dann wirklich auf, also packen die Förmchen auf, holen den Betonmischer raus, gucken uns das an, gehen das im Kopf so wirklich durch und wenn das sozusagen am Reißbrett schön ordentlich aussieht, das muss nicht perfekt sein, klar, ist auch ein Hinweis nochmal, man muss jetzt hier nicht anfangen, irgendwie alles perfekt zu machen, bevor man loslegt, ich meine, die hat ja auch angefangen schon mal, was schon mal gut ist, ähm, und dann werden wir sozusagen, wenn wir das geplant haben, auch in dem Video sozusagen diese 30.000 Euro in der Planung dann auch wirklich umsetzen zu investieren und wir werden die 30.000 Euro jetzt da nicht ganz stupide irgendwie investieren, dass das nur für diesen Betrag geht, sondern das Konzept ist wirklich übertragbar auf jeden, der zum Beispiel, wie meine Schwester jetzt auch, die gerade zum Beispiel seit ein paar Jahren arbeitet und sich auf dem Tagesgeld ein bisschen was angesammelt hat, 5.000, 10.000, 100.000, whatever, dass man sozusagen diese Strategie, die wir dort zeigen werden, einerseits so einen aktiven Teil hat, wie ich das hier gezeigt habe, also den aktiven Teil werden wir so ein bisschen darstellen und aber auch einen passiven Teil und vielleicht auch ein bisschen Kryptos, damit so jeder für sich dann so sagen kann, okay, er hat das Video gesehen, finde ich cool, ähm, kann ich für mich so übertragen, ähm, mit dem Beta-Anteil nehme ich vielleicht ein anderes Weltportfolio, eine andere Strategie oder ich nehme die All-Water-Strategie oder mit dem Alpha, dann denke ich so, oh ja, da stimme ich jetzt mit dem Basti nicht so ein, was der da mit der gemacht hat, irgendwie, da will ich was anderes haben, äh, ich bin lieber gerne einer, der kauft nur, weiß ich was, ähm, Wachstumsaktien, Dividendenaktien, ich habe keinen Bock auf Bastis, Global Desification oder Schieneaktien, ja, das, ähm, mein Fazit zu ihrem Portfolio, ähm, ich glaube, sie befindet sich da auf dem Anfang, ähm, hat das, was viele gemacht hat und jetzt heißt es daran, loszulegen, ja, was ist denn eure Schulnote, die ihr ihr geben würdet, dann gebe ich auch meine finale Schulnote, zwei Minus, ah, Tripist One, zwei Minus, ja, zwei Minus, also insgesamt, was jetzt sehr cool ist, oder sie hat sich halt mit dem Markt beschäftigt, was ich tatsächlich, ähm, äh, oder was ich auch erwartet habe, sagen wir es so, was ich erwartet habe, dass sie tatsächlich mit Money Management da sehr smart dran gegangen ist, weil ich es auch gesehen habe, ihr Business so aufgebaut und so weiter, ich nenne sie mal die Krake der Unternehmerin, sozusagen, überall ihre Hände im Spiel, ähm, deswegen ja auch eine zwei Minus, klar, sie hat auf jeden Fall viel, äh, eine drei Plus, sie hat da auf jeden Fall viel zu viele Aktien drinnen, außer sie sagt, okay, ich will das so haben, ähm, ähm, aber ich glaube, ihre Zeit hat sie im Unternehmen besser investiert, ich glaube, sie ist morgen manchmal auch relativ, äh, lang wach, bis so zwei, drei und liest dann noch die Nachrichten, ist auch voll involved, auf jeden Fall im Business, was mega geil ist, und, äh, da kann man es bestimmt noch optimieren, nicht, dass man das ganze Leben optimieren muss, aber, wenn man sich da eine Stunde freischaufeln kann, äh, dann ist das doch, glaube ich, ganz nice. Vier ETFs, zwei Aktien, ja, also man kann das natürlich, äh, ich bin ja auch ein Freund des simplen Investierens, beziehungsweise auch im Design oder alles mögliche, äh, simpel ist manchmal besser, als da irgendwie kompliziert zu werden. Moin YouTube, hier ist Bastian von Tallerbox, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, du konntest einige Golden Nuggets für dich mitnehmen, wir wollen jetzt richtig durchstarten, das heißt, mehr guten Content für euch, Interaktion und Überraschung, also jetzt ist der Zeitpunkt zum Abonnieren, ansonsten, wenn du gleich weiter durchstarten willst, verlinke ich dir hier rechts und links noch weitere Golden Nuggets, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder, bis dahin, invest smart statt hart.